Weiß ich, Dev is huge. Kannst du mich resten? Wenn du Channel wechselst. Kappa. Schaut euch den Lowbob an. Stirbt mit Level 140 bei Klaffan. Stirbt mit Level 140 bei Klaffan. Das ist schon echt peinlich. Mann, wäre mir das peinlich, wenn mir das live im Stream passieren würde. 18.05. ist einjähriges vom Southeast Asia Server. Da kommt vielleicht was Dickes. Das sind zwei Wochen. Ist lustigerweise sogar ein Donnerstag, oder? Es ist lustigerweise sogar ein Donnerstag. Man munkelt Flythe VR. Aha. Wer genau munkelt das? Ist das das Crack House in Downtown, oder was? Crack House in Downtown Berlin. Da munkelt man sowas, oder wie? Ich wüsste nicht, wo solche Ideen sonst aufkeimen sollten. Nichts gegen das Crack House in Downtown Berlin. Grüße gehen raus. E-Sportler ist mittlerweile richtig tanky, ey. Fast 12k AP. Kriegt so wenig Damage. Das ist ein Beefy. E-Sportler ist ein Beefy. Das ist ein Beefy, Bro. Oh, come on, man. E-Sportler, Leute. Tank. Nicht so Beefy. Nicht so Beefy. Nicht dieses Beefy. Ich rede von dem Salami-Bürstchen. Weißt schon. Es ist Müll. Die Drops sind voll verzögert gespawnt. Uff. Wow. Nicht immer ein Cure the Seas Potion. Der ist noch von gestern. Das ist eine 1 mit verdammt vielen neuen. Das ist eine 1 mit verdammt vielen. Danke. Tja. Na gut, sie hat 0%, also wird es noch lange dauern, bis der erste Roll of A kommt. Tja, jetzt heißt es wieder von vorne eine Miale Peña sammeln. Mir schuldet mein bester Freund 200.000 F-Coin als sein bester Freund Gala, Gala Global Community. Ne, da ist es nur in F-Coin umgerechnet. Oh. Gibt einen neuen Scam, ein Tja, der B-Pet heißt, Shop-Pet-Verkäufer und hat C- und B-Reroll-Pet-Preise, also in F-Pets. Ah. Was für ein Reuliger. Schade, schade, schade. Cage-Key-Hai. Da hat niemand ein CS-Bett raus oder was. Double. Oh. Double Cage-Key-Hai und eine Foreign Card C. Aber gut, ist eigentlich schlecht. Die ist nicht schlecht. Ach, das ist nicht. Oh. Oh. Trash. Rest bestimmt nur auf 1. Einfach nur um Leute zu ärgern in Asria. Kann mich jemand resten? Na klar. Minus 2,9 Prozent. Oh. Wipe. Wipe. Wir werden gewiped. Wipe. It´s a wipe. It´s a wipe, baby. It´s a wipe. We are getting wiped. Wiped down like a Christmas tree. Oof. Are you crazy? Point ahead, please. Atom, falscher Chat. Atom, falscher Chat. Atom, falscher Chat. Ich glaube, die Nachricht sollte an wen anders gehen. Big Dog. A-Karte mit Ansage. Wind A mit Ansage. Oh, Firecard C. Noch eine Watercard C. Damn, jetzt hatten wir schon echt lange keine B-Karte mehr. Die letzte B-Karte ist seit ewig her. Trash. Bill Poster. BJ. Hey Mann, das ist sein Name. Was soll ich sagen? Kann ihn auch Jonathan nennen, aber keine Ahnung, ob er so heißt. Wahrscheinlich nicht. Wenn er jetzt Jonathan heißt, ne? Holy Moly. Wie heftig wäre das? Auf einer Skala von 1 bis Geistesgestört. Wie heftig wäre das? Auf einer Skala von 1 bis X-Faktor das Unfassbare. Oder wie heftig wäre das? Ich heiße Jonathan. Oh mein Gott. Neue Folge gespoilert. Neue Folge X-Faktor gespoilert. I'm sorry, guys. Sie denken, wir lügen? Diese Geschichte hat sich tatsächlich letzten Dienstag geeignet. Während ein Flivestreamer EnvyDevs gemacht hat. Damit weiß jeder, was gemeint ist von den Zuschauern. Logischerweise. Denn jeder spielt Fly. Also die Kraken wären ready, glaube ich. Noch eine Watersea. Das gibt es ja gar nicht. Was zum Teufel? Einfach Nummer 3. Und eine Foreign Card C. Sehr gut, dass wir nicht immer das gleiche droppen. Oh, der ist eh schon tot. Lol. Bloody Cloud! Bloody Cloud! Hey, let's go. Noise. Let's go. Tja, dann kannst du sie auch gleich verkaufen. Mr. Zenzord. Die ist 50 Mio wert. 50,55. Hast du einen Rat, um wieder neu Free-to-Play ein Spiel zu starten, damit man nicht zu weak ist und Leveln ansatzweise bockt? Elementor spielen. Mit bis zu 8 Lichern. Anzahl frei wählbar, Klassen frei wählbar. Hier in der... An der hinten. Also ich kann nicht garantieren, dass es dir Bock macht. Mir hat's Bock gemacht. Elementor spielen ist cool. Also macht es mir viel mehr Spaß als die meisten anderen Klassen. Bantos. Was gibt's? 101BP. Ja, macht keinen Spaß. Freaky fängt gerade mit der Auflistung der Klassen an, die keinen Spaß machen. 101BP. Gut. Kann die Liste durchaus eröffnen. Würde ich jetzt auch auf die erste Position des keinen Spaß machen stellen. Danke, Freaky, dass du schon mal angefangen hast mit der Liste. Danke dir. Danke. Neu. Er hat mein Bett bezogen. Das ist überhaupt nicht neu bezogen. Das war schon vor einer Woche. Oh. Freaky. Level 135 mit Bobo Bobo Blade. Nice. Und warum Smarties? Weil ich so zuckersüß bin. So, seid ihr ready? Seid ihr ready für den heißesten Ranger, den ihr dieses Jahr sehen werdet? Seid ihr ready for a cute little girl? Das sollte ich vielleicht nicht so sagen. Könnte man falsch verstehen. Damn. Sheesh. My brother. God damn. Damn. God damn. Damn, Daniel. Damn. Wo ist die Brille? Das Set hat keine Brille. Das, das, das Set kommt ohne Brille. Es gibt keine Brille. Damn. Wobei die Haare tatsächlich in den Rucksack reinschauen. What the hell? Ey, wir hatten das designt, Alter. Schau mal. Die Haare. Hallo? Das ist ein, das ist ein Set. Das gehört zusammen. Das wurde so designt, dass die Haare in den Rucksack... Was können die eigentlich? Ja, moin. Ich komme on und sehe, Chris, wie er seinen weiblichen Anime-Charakter neue Kleidung anzieht mit den Worten Damn. Ja, und? Was willst du eigentlich von mir, hä? Darf man jetzt nicht mehr ... Bastard. Was ist das? Ja, am. Untertitelung des ZDF, 2020